Amasen, Amasen, ich wünsche dir ordentlich Amasen. Let's go, Digga. Let's go. Ich feiere das jedes Mal, diese Prime-Icon-Packs. Es kommt immer was Geiles, aber es muss halt sehr, sehr geil sein. Brasilien, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Cento M. Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das der, der ich denke? Pili 98, oh mein Gott, im Leben. Oh mein Gott, oh mein Gott, Prime Pili. Ich glaube ja, mein Leben nicht, ich kann, ah, nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, was macht Fandasata bitte? Der kriegt, kann das an der Klippen, ohne Scheiße, ich verstehe nicht, wie das geht mit diesem Klippen, aber kann das bitte an der Klippen, wo ist gerade der Elfmeter entstanden? Erklär mir jemand, wo jetzt gerade ein Elfmeter war. 114 mit Elfmeter hatte ich glaube ich. Komm, Dagi, das muss eigentlich ein Clip für Dagi geben, Alter. Welche Icon kommt? Ist das Prime Icon? Ja, ja. Jo, Prime Icon! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich hab nichts gesagt. 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 Oh, ja gut. Ist okay. Loll, dicker. Kuss, geh raus ihr, ey. Ha, der, der, so ein Top, ich auch noch nicht gesehen, Alter. Oh, Kuss, geh raus, Matthäus. Verdien, du Wixxer, verdien. Nein! Verdien, du Wixxer, verdien. Und ein Depp hinterher, los. Schön, Bruder. Nein, abseits. Oh mein Gott, Jungs. Alter, bitte Jungs. Der macht den nicht. Oh mein Gott, Alter, bitte Jungs. Clip, bitte einer. Mach mal Clip einer, ja. Holland. Holland. Nein, 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 nein. Nein. Oh, doch. Ah, ich hab eben, oh, oh, oh. Ich hab eben an Littmann gedacht. Sehr geil. Ey, Dodo. Ich hab eben, ich hab eben an Littmann gedacht. Keine Ahnung. Ja. Dodo. Ja, ich hab nur blau gesehen, hab ich an Littmann gedacht. Raxler, super gemacht. Da ist er jetzt durch. Da ist jetzt alles frei. Da ist das Tor. Wir haben hier ausgeglichen. Ein ganz starkes Comeback nach zwei Toren Rückstand. Habt ihr das gesehen? Abseits. Weil das wäre ein Tor gewesen. Der Werner stand aber im Tor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin's. Was? Was? Alter, kann das mal bitte einer klippen? Was ist das für eine Scheiße? Egal. Oh nein, nehm auf, ich hab Angst. Auch Kevin, ich hab Angst. Nicht spoilern. Ich hab Angst. Ich sag, das hier in der Sien wäre krass. Ich sag, die E-PT will ich auch nehmen. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Kein Walk-On-Ener. Ja, ja, Kevin. Ja. Das wird es werden und vor allen Dingen auch morgen. Oh, 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 oh Nein, nicht nicht grätschen, nicht grätschen, alles gut. Hi! Es ist so dumm, dieses Spiel! Es ist so dumm! Es ist so stroh dumm, dieses Spiel! Guck mal, ich hab ihn seit der 45. ausgewechselt! Seit der 45. sollst du nicht mehr auf dem Platz stehen! Und du spielst, obwohl du nicht spielen sollst! Wahrscheinlich spiel ich noch mit Eibern Übertal und er hat die Rote kassiert! Dieses Spiel! Ich spiel mit einer Dreierkette! Digga, dieses Spiel ist dumm! So, jetzt aber mein Walkout. Ja! England! Sturm! Ikone! 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 Linneka! Ich hab's nicht geahnt! Da ist sie! Wieder predicted! Wo bist du, Belpo? Wo bist du? Ich hab doch gesagt, ich kann Ikonen! Linneka ist zwar nix wert, aber Ikone! Nein, 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 nein! Daoop, nein, nein,... Daagh! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk